allerlei rau ein märchen der grimm es war einmal ein könig der hatte eine frau mit goldenen haaren und sie war so schön daß sich ihresgleichen nicht mehr auf der erde fand es geschah dass sie krank lag und als fühlte sie bald dass sie sterben würde rief sie den könig und sprach wenn du nach meinem tode dich wieder vermehlen willst so nimm keine die nicht ebenso schön ist als ich bin und den nicht solche haare hat wie ich habe das musste mir versprechen nachdem es ihr der könig versprochen hatte tat sie die augen zu und starb der könig war lange zeit nicht zu trösten und dachte nicht daran eine zweite frau zu nehmen endlich sprachen seine räte es geht nicht anders der könig muss ich wieder vermählen damit wir eine königin haben nun wurden boden weit und breit herumgeschickt um eine braut zu suchen die an schönheit der verstorbenen königin ganz gleich käme es war aber keine in der ganzen welt zu finden und wenn man sie auch gefunden hätte so war doch keine da die solche goldenen haare gehabt hätte also kamen die boten unverrichteter sache wieder heim nun hatte der könig eine tochter die war gerade so schön wie ihre verstorbenen mutter und hatte auch solche goldenen haare als sie herangewachsen war sah sie der könig einmal an und sah daß sie in allem seiner verstorbenen gemahlin ähnlich war und fühlte plötzlich eine heftige liebe zu ihr da sprach er zu seinen räten ich will meine tochter heiraten denn sie ist das ebenbild meiner verstorbenen frau und sonst kann ich doch keine braut finden die ihr gleicht als die räte das hörten erschraken sie und sprachen gott hat verboten daß der vater seine tochter heirate aus der sünde kann nichts gutes entspringen und das reich wird mit ihr ins verderben gezogen die tochter erschrak noch mehr als sie den entschluss ihres vaters vernahm hoffte aber ihn von seinem vorhaben noch abzubringen da sagte sie zu ihm ich euren wunsch erfülle muss ich erst drei kleider haben eins so golden wie die sonne eins so silbern wie der mond und eins so glänzend wie die sterne ferner verlange ich ein mantel von tausenderlei pelz und rauchwerk zusammengesetzt und ein jedes tier in eurem reich muss ein stück von seiner haut dazugeben sie dachte aber das anzuschaffen ist ganz unmöglich und ich bringe damit mein vater von seinen bösen gedanken ab der könig ließ aber nicht ab und die geschicktesten jungfrauen in seinem reiche mussten die drei kleider weben eins so golden wie die sonne eins so silbern wie der mond und eins so glänzend wie die sterne und seine jäger mussten alle tier im ganzen reiche auffangen und ihnen ein stück von ihrer haut abziehen daraus war der mantel aus tausenderlei rauchwerk gemacht endlich als alles fertig war ließ der könig den mantel herbei holen breitete ihn vor ihr aus und sprach morgen soll die hochzeit sein als nun die königstochter sah daß keine hoffnung mehr war ihres vaters herz umzuwandeln so fasste sie den entschluß zu entfliehen in der nacht während alles schlief stand sie auf und nahm von ihren kostbarkeiten dreierlei einen goldenen ring ein goldenes spinnrädchen und ein goldenes haspelchen die drei kleider von sonne mond und sterne tat sie in eine nussschale zog den mantel von allerlei rauchwerk an und machte sich gesicht und hände mit ruß schwarz dann befall sie sich gott und ging fort und ging die ganze nacht bis sie in einen großen wald kam und weil sie müde war setzte sie sich in einen hohlen baum und schlief ein die sonne ging auf und sie schlief fort und schlief noch immer als es schon hoher tag war da trug es sich zu daß der könig dem dieser wald gehörte darin jagte als seine hunde zu dem baum kamen schnupperten sie liefen ringsherum und bellten sprach der könig zu den jägern seht nach was dort für ein wild sich versteckt hat die jäger folgten dem befehl und als sie wieder kamen sprachen sie in dem hohlen baum liegt ein wunderliches tier wie wir noch niemals eins gesehen haben an seiner haut ist tausenderlei pelz es liegt aber nur und schläft sprach der könig seht zu ob ihr's lebendig fangen könnt dann bindet's auf den wagen und nehmt's mit als die jäger das mädchen anfassen erwachte es vor schrecken und rief ihnen zu ich bin ein armes kind von vater und mutter verlassen erbarmt euch mein und nehmt mich mit da sprachen sie allerlei du bist gut für die küche komm nur mit da kannst du die asche zusammen kehren also setzten sie es auf den wagen und fuhren heim in das königliche schloss dort wiesen sie ihm ein stellchen an unter der treppe wo kein tageslicht hinkam und sagten raud hier hin da kannst du wohnen und schlafen dann war das in die küche geschickt da trug es holz und wasser schürrte das feuer rumpfte das federvieh belast das gemüse kehrte die asche und tat alle schlechte arbeit da lebte allerlei rau lange zeit recht armselig ach du schöne königstochter wie soll's mit dir noch werden es geschah bei einmal daß ein fest im schloss gefeiert ward da sprach sie zum koch darf ich ein wenig hinauf gehen und zusehen ich will mich außen vor die türe stellen antwortete der koch ja ja geh nur hin aber in eine halbe stunde musst du wieder da sein und hier die asche zusammentragen dann nahm sie ihr öllämmchen ging in ihr stellchen zog den pelzrock aus und wusch sich den ruß von dem gesicht und den händen ab so daß ihre volle schönheit wieder an den tag kam dann machte sie die nuss auf und holte ihr kleid hervor das wie die sonne glänzte und wie das geschehen war ging sie hinauf zum fest und alle traten ihr aus dem weg denn niemand kannte sie und meinten nicht anders als das es eine königstochter wäre der könig aber kam ihr entgegen reichte ihr die hand und tanzte mit ihr und dachte in seinem herzen so schön haben meine augen noch keine gesehen als der tanz zu ende war verneigte sie sich und wie sich der könig umsah war sie verschwunden und niemand wußte wohin die wächter die vor dem schlosse standen wurden gerufen und ausgefragt aber niemand hatte sie erblickt sie war aber in ihr stellchen gelaufen hatte geschwind ihr kleid ausgezogen gesicht und hände schwarz gemacht und den pelzmantel umgetan und war wieder allerlei rauch als sie nun in die küche kam und an ihre arbeit gehen und die asche zusammenkehren wollte sprach der koch lass das gut sein bis morgen und koche mir da die suppe für den könig ich will auch einmal ein bisschen umzugucken aber lass mir kein haar hineinfallen sonst kriegst du in zukunft nichts mehr zu essen da ging der koch fort und allerlei rauch kochte die suppe für den könig und kochte eine brot suppe so gut es konnte und wie sie fertig war holte es in dem stellchen seinen goldenen ring und legte ihn in die schüssel in welche die suppe gerichtet war als der tanz zu ende war ließ sich der könig die suppe bringen und aß sie und sie schmeckte ihm so gut dass er meinte niemals eine bessere suppe gegessen zu haben wie er aber auf den grund kam sah er da einen goldenen ring liegen und konnte nicht begreifen wie er dahin geraten war da befahl er der koch sollte vor ihn kommen der koch erschrak wie er den befehl hörte und sprach zum allerlei rauch gewiss hast du ein haar in die suppe fallen lassen wenn's wahr ist so kriegst du schläge als er vor den könig kam fragte dieser wer die suppe gekocht hätte antwortete der koch ich habe sie gekocht der könig sprach das ist nicht wahr denn sie war auf andere art und viel besser gekocht als sonst antwortete er ich muss gestehen dass dass ich sie nicht gekocht habe sondern das rautierchen sprach der könig geh und lass es heraufkommen als allerlei rauch kam fragte der könig wer bist du ich bin ein armes kind das kein vater und mutter mehr hat fragte er weiter wozu bist du in meinem schloss antwortete es ich bin zu nichts gut als dass mir die stiefelung in kopf geworfen werden fragte er weiter wo hast du denn ring her der in der suppe war antwortete es von dem ring weiß ich nicht also konnte der könig nichts erfahren und musste es wieder fortschritt über eine zeit war wieder ein fest der bad allerlei raul denn koch wie voriges mal um erlaubnis zu sehen zu dürfen antwortete er ja aber kommen in einer halben stunde wieder und kocht dem könig die brotsuppe die er so gerne ist da lief es in sein stellchen wusch sich geschwind und nahm aus der nuss das kleid das so silbern war wie der mond und tat es an da ging sie hinauf und glich einer königstochter und der könig trat ihr entgegen und freute sich dass er sie wieder sah und weil eben der tanz anhob so tanzten sie zusammen als aber der tanz zu ende war verschwand sie wieder so schnell dass der könig nicht bemerken konnte wo sie hinging sie sprang aber in ihr stellchen und machte sich wieder zum rautierchen und ging in die küche die brotsuppe zu kochen als der koch oben war holte es das goldene spinnrad und tat es in die schüssel so dass die suppe darüber angerichtet wurde danach war sie zu dem könig gebracht der aß sie und sie schmeckte ihm so gut wie das vorige mal und ließ den koch kommen der mußte auch diesmal gestehen das allerlei rauch die suppe gekocht hätte allerlei rauch kam da wieder vor den könig aber sie antwortete daß sie nur dazu da wäre daß ihr die stiefel an den kopf geworfen würden und daß sie von dem goldenen spinnrädchen gar nichts wüsste als der könig zum dritten mal ein fest anstellte da ging es nicht anders als die vorigen male der koch sprach zwar du bist eine hex rautierchen und tust immer was in die suppe davon sie so gut wird und dem könig besser schmeckt als was ich koche doch weil sie so bat so ließ er es auf die bestimmte zeit hingehen nun zog es ein kleid an das wie die sterne glänzte und trat damit in den saal der könig tanzte wieder mit der schönen jungfrau und meinte daß sie noch niemals so schön gewesen wäre und während er tanzte steckte er ihr ohne daß sie es merkte einen goldenen ring an den finger und hatte befohlen daß der tanz recht lang wären sollte wie er zu ende war wollte er sie an den händen festhalten aber sie riß sich los und sprang so geschwind unter die leute daß sie vor seinen augen verschwand sie lief was sie konnte in ihr ställchen unter der treppe weil sie aber zu lange und über eine halbe stunde geblieben war so konnte sich das schöne kleid nicht ausziehen sondern warf nur den mantel von den pelz darüber und in der eile machte sie sich auch nicht ganz russig sondern ein finger blieb weiß allerlei rau lief nun in die küche kochte dem könig die brotsuppe und legte wie der koch fort war den goldenen haspel hinein der könig als er den haspel auf dem grund fand ließ allerlei rau rufen da erblickte den weißen finger und sah den ring den er ihr im tanze angesteckt hatte da ergriff er sie an der hand und hielt sie fest und als sie sich los machen und fortspringen wollte tat sich der pelzmantel ein wenig auf und das sternenkleid schimmerte hervor der könig fasste den mantel und riß ihn ab da kamen die goldenen haare hervor und sie stand da in voller pracht und konnte sich nicht länger verbergen und als sie ruß und asche aus ihrem gesicht gewischt hatte da war sie schöner als man noch jemand auf erden gesehen hat der könig aber sprach du bist meine liebe braut und wir scheiden nimmermehr voneinander darauf war die hochzeit gefeiert und sie liebten vergnügt bis zu ihrem tod